Ersticken und in die Krankenstation lockt, hoffe ich mal. So, ich mache jetzt überall die Türen auf. Dann könnt ihr nur in der Krankenstation kämpfen. Weil die, wo nicht reinpassen, die gehe ich natürlich verrecken dann so und so. Und da sind sie auch weg, jetzt kann ich wieder alles zu machen. So, alle mal die Schilder reparieren. 30 Skeptrohne, 2 Treibstoff. Oh, das sind immer noch welche, scheiße. Na ja, die sind jetzt tot. Tja, jetzt habt ihr davon, kleine Freunde. Jetzt mal wieder alles zu machen. Oh, oh, da zieht es noch, da zieht es noch Luft raus. Also da ist noch keine Luft. Also da ist nicht genug Luft. Und das sind Höhlenbrüche, die muss ich auch mal reparieren. Weil da ist keine Luft mehr, deswegen. Aber 5 Eindringlinge abgewählt mit 3 Leuten. Ich bin halt schau, ich bin halt schau ein Teufelskerl. Da kann man echt nichts sagen. So, du gehst dahin. Wo warst du? Du warst da. Dann warst du wohl da, genau. Erwischungs-Rebellen, ist das genau auf der Grenze? Oh ja, scheiße. Oh, 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 oh. Aber wenigstens haben sie keinen Raketenwerfer. Und den Beam haben sie auch mal schon ausgeschalten, vorerst. Na ja, aber gleich kann ich wegspringen, glaube ich. So, weg hier. Oh, ich habe hier keine Auswahl. Sollte am Kontrollsektor freundlich. Ach, und wieder Nebel. Wieso, 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 wieso Nebel? Ach so, da treibt ein Schiff im Nebel rum. Ich versuche es mal rauszuziehen. Ich habe es wohl nicht geschafft. Und ich habe Crewmitglied verloren. Sehr schön. Ich habe schon mal gesagt, dass ich Nebel hasse. Habe ich? Habe ich. Zoldern wollen uns erforschen und bekommen 21 Scrap zum Dank. Hm. Mal die Ausweichchance ein wenig erhöhen. Hm. So. Oh, der hat eine MK2 angestohlen. Scheiße. Oh, scheiße. Eine MK2. Oh. Oh. Nein, die hat verfehlt, aber ist viel schneller. Angriff. Oh. Oh. Oh, ich schalte mir die Dräume gleich aus. Jawohl. Puh. Und da ist er schon wieder scheiße. Und da ist er schon wieder. Äh. Ja, ihr dürft, ihr dürft, ihr dürft verschwinden. Ja, ich hätte mich sonst nicht in den Arsch aufgerissen. Hm. Ah, ah, ah. Da brauche ich 100 für den nächsten Schild. Hm. Machen wir erst mal da weiter. Was ist denn da? Slug Interceptor. Wir haben nur noch 5 Treibstoff. Sorry, kann dir nicht helfen. Sorry, sorry, sorry. Ach so, das wird ein Föderationschef im Nebel. Ich schau mal, ob ich denen helfen kann. Hab sie aber nicht mehr gefunden. Okay. Oh, das ist ein Geschäft. Da kann man endlich reparieren. Puh. Und keine Crewmitglieder. Scheiße. Aha. Ein Treibstoff. Den Pikebeam verkaufe ich dir an die Chipthrone. Verkaufe ich. Okay, jetzt sind wir wenigstens wieder voll repariert. Oh, da ist noch ein Geschäft. Aber ich gehe erst mal da hin. Vielleicht haben die dann Crewmitglieder für uns. Das wäre geil. Das wäre geil, ne? Oh, Wipelfighter. Hochneuter Traketen. Da muss ich erst mal voll auf die Waffen. Und zwei dicke Laser da auch noch. Okay. So, alles auf. Dann gehe ich mal zur Krankenstation. Da machen wir zu. Oh, oh. Sauerstoff ist kaputt. Oh, oh. Oh, und erste Hilfe Bay ist kaputt. Super. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Wie soll ich das jetzt reparieren? Die verrecken doch vorher. 35 Gelb Drohne, zwei Treibstoff. Oh, oh. Oh, 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 oh. Lauf, lauft. Oh, war das knapp. Oh, das ist knapp. Leck mich fett, leck mich fett. Naja, aber kein Problem. Das ist doch alles voll easy hier. Die können ruhig mal ein höheren Schwierigkeitsgrad einführen als normal. Das ist alles viel zu einfach für mich. Naja. Naja. Und dann kann ich noch einmal zum Store jumpen. Hm, hm, hm. Und wieder keine Crewmitglieder. Ja, dann geht's halt weiter ohne Crewmitglieder. Oh, na ja, na ja. Na, der Antrieb dauert noch ein wenig. Na ja. Nichts, nix, 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 nada. Hm, hm. Vox Scout. Hm. Unbekannte Waffe für 65 Scrap kaufen. Ich greif's dir lieber an. Ich greif's dir doch lieber an. Oh, vielleicht hätte man ja den dicken Laser von dem bekommen für das Geld. Der sieht ein wenig dick aus. Oh, oh, der lädt viermal auf. Der ist bestimmt gut. Naja, aber wir haben die Waffe erstmal ausgeschalten. Hm, 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 hm. Scheiß Schilder von dem. Da brauch ich doch mal den Raketenmerfer. Wenn die Waffen repariert sind. Komm schon, komm schon. Das macht er noch ewig rum. Und die Rakete verfehlt natürlich. Jetzt wollen die auch noch davon springen. Acht Raketen, eine Drohne, 18 Squab, ja das machen wir. Acht Raketen, haben wir nicht mehr viel, das ist schön, das ist schön. Da, 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 da. Hm, hm, hm. dann mal auf nach oben und zum nächsten, auch ne Asylioidenfeld auch ne ich kann da ein Mendeschip oder ein Zoldanschip helfen ich helfe mir den Mendes oh 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 drei Schilder, grüner Schild oh nein und ne zwei dicke Waffen was ist da oh ja ja sie haben gleich ein Loch in uns geschossen ist super oh oh Und es gab eine Drohne, ein Öl, aber das war doch kein Problem für uns, das war doch kein Problem. So, jetzt muss ich auf den FDL-Wart, das ist mal gleich hier weg können. So, bloß weg von hier, bloß weg von hier. Kann ich zwei Öl-Gehirchen, zwei Drohnen tauschen, da brauche ich nicht, ich brauche keine Drohnen. So, du heilst dich erst mal, du heilst dich erst mal, Sportfreundin. Und ich mache dann erst mal eine Aufnahmepause, dann bis bald und tschüss, was auch immer.